So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Ich hab's mir jetzt doch geholt. Das Lego Ninjago Magazin Nummer 57 für 3,99 Euro, also rund 4 Euro. Ja, es ist schon etwas länger auf dem Markt, aber ich hab die ganze Zeit damit gehadert, mir es zu holen. Weil erstens, keine limitierte Karte, aber eine Lego Minifigur. So, und jetzt auch nicht aus die neue Serie mit den Eis Ninjagos, die mir richtig gut gefällt, sondern einfach nur der weiße. Sieht zwar richtig schön aus, mit silbernen Kopf wahrscheinlich. Und was gibt es noch für die 4 Euro? Eine 3D-Karte. Die gab es auch schon öfters. Zeige ich euch gleich ein paar, die ich noch besitze. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt mal an, das Lego Ninjago Magazin Nummer 57 zu öffnen. Was ich ja doch gegönnt habe, weil mir viele geschrieben haben, warum ich das nicht anboxe. Wie gesagt, so die Karte zeige ich euch gleich, oder jetzt gleich sofort. Seht ihr, es ist ein schöner, netter Effekt. Ich weiß nicht, ob das auch rüberkommt in der Kamera. Aber eben, die gab es schon mal in verschiedene Varianten. Wer kann sich noch daran erinnern? Die sind richtig cool gewesen. Da gab es ja auch, ich glaube, sechs verschiedene von. Und wie ihr seht, ich habe nur fünf. Aber, die gab es mal. Und dann gab es ja auch diese Mannschafts-Ninjago 3D-Wackelkarten. Zwei verschiedene habe ich davon. Und jetzt habe ich eben eine neue 3D-Karte. Aber nichtsdestotrotz kommen wir natürlich jetzt erst mal zu das Magazin und gleich zu die Figur. Blättern wir mal in das Magazin 57 rum. Aber die Ninjago-Magazine, die kennen wir ja alle. Ein bisschen Merging Dising, ein bisschen Gewinnspiele, ein bisschen Rätselspaß und natürlich auch Comic-Beilage. Also ist für jeden was dabei, für die 4 Euro. Lego-Batman-Magazin, das ist ja richtig cool. Den Batman werde ich mir noch so richtig oft besorgen. Das habe ich ja schon in das Lego-Batman-Magazin-Unboxing gesagt. Und ja, Wochenende ist es soweit, da werde ich wieder rumfahren. Mal gucken, wie viele Magazine ich zusammenkriege. Was haben wir hier? Ein Poster, zwei Seiten. Ja, was soll man davon halten? Das sage ich lieber nichts. Die Seite, die geht ja. Da ist ein bisschen die Ninjago-Figur bei, die wir gleich zusammensetzen. Oder ich filme mal zusammenbauen und euch präsentiere. Dann geht das Comic natürlich weiter. Aber das Wichtigste für mich ist ja meistens immer die letzte Seite. Das wisst ihr ja. Rätsel-Spaß. Kleinen Comic-Strip mit Merchandising. Hier auch Merchandising. Der Drache ist auch gar nicht mal so schlecht von den Neuen. Mal gucken. Jetzt kommen wir zur letzten Seite. Was ist nächstes Mal drin? Und ja, das ist doch mal wieder eine Figur, die gefällt mir. Grün leuchtenden Haaren. Das ist ein Unboxing-Wert. Also, das Lego Magazin Nummer 58 werde ich mir gönnen. Werde ich unboxen. Auf jeden Fall. Dann hier das neue Hildzeit. 7. Dezember werde ich wahrscheinlich auch unboxen. Muss ich mir auch noch besorgen. Aber nichtsdestotrotz kommen wir natürlich jetzt erstmal zu der Ninjago-Figur, die dabei ist. Und ihr wisst ja, diese Tüten, die liebe ich einfach so. Na, diesen Silikon-Kleber weniger. Aber der gehört dazu. Die meisten machen das sehr viele mit Silikon-Kleber. Die anderen Tüten, die ich nicht so mache, die werden mit Tesafilm geklebt. Können sie hier auch machen. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Die meisten wissen das von euch. Die Tüten behalte ich, weil sie immer wieder da reinkommt, die Originalfigur. Weil ich dann immer die Originalverpackung frei habe. Und ja, sie hat einen silbernen Kopf. Also ich finde, die hat irgendwas, der Kopf von Iron Man. Oh, wenn ich das jetzt wieder, die DC-Freunde, hoffentlich haben die nicht mitgehört. Aber, sieht so ganz passabel aus. Aber jetzt, gucken wir mal hier. Mal ohne Bauanleitung. Das sind wohl die drei Stück. Dann kommen dreimal. Auf die Seite. Dieser Eispickel draufklickt. Na, passt. Und in der Mitte der Runde. Das ist jetzt der Bumerang oder Morgenstern. Ganz wie ihr es sehen wollt. Passt natürlich jetzt in die Hand. Ist natürlich viel zu groß, meine Meinung. Aber, kleiner kann man es ja nicht machen. Ist recht passabel, die Minifigur. Ihr schreibt mir natürlich jetzt trotzdem all eure Meinungen, Kommentare über dieses Magazin. Und besonders über diese Figur natürlich in die Kommentare. Das weiß ich. Das freut mich jetzt am meisten, dass ich gleich wieder Kommentare lesen kann. Also, wie gesagt. Das ist das Lego Ninjago Magazin Nummer 57. Und ja, es ist schon ein paar Tage auf dem Markt. Aber ich war die ganze Zeit an gröbeln, ob ich es mir gönnen will. Dazu gehört natürlich noch die 3D-Karte. Aber nichtsdestotrotz. Irgendwas von Ninjago. Lego Ninjago werde ich unter dem Video verlinken. Wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt. Könnt ihr also mal gucken. Ich versuche natürlich was von den Neuen zu verlinken. Und was günstig ist. Ansonsten war es das mal wieder. Ihr schreibt mir jetzt alle eure Meinungen, Kommentare. Ganz wie ihr es sehen wollt. Hier unter dem Video. Ich freue mich, dass ich das gleich lesen kann. Und sage deshalb, wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst.